ich bleibe geworden in der Aufnahme ach so ja in der Aufnahme wir mussten sie aber fünfmal nochmal machen äh wo wir hinwollen dennis du weißt doch wo wir hingehen oder nach Rossock ich weiß ich folge dir auch einfach ja und Klaus von Weinecke das ist richtig und wichtig ich bin mit dir runter wenn du runter springst ach so ja drück einfach M naja guck mal wie er hinter mir ist oder weil es ein bisschen für mich zu lange gedauert hat Alter hab ich noch so meinen Jumus-Panel noch so sauber gemacht ach so dennis hat wieder gar keine Zeit gar keinen Bock ich bin jetzt unter Zeitdruck dafür jetzt sogar ich hab keinen Zeitdruck obwohl ich jetzt arbeite dann solltest du dir vielleicht mal was entspannteres tun mit Bahn Alter ich auch nicht aber gut meine Arbeitsstelle ist fünf Minuten von mir entfernt Digger und bei ihm ist das wahrscheinlich ein Braunschweig und das ist ja das ist wirklich ein Braunschweig Junge meine Arbeitsstelle ist aufbewusen dann such dir mal was in der Region Digga so ein Ding ist das Junge was für eine Region das ist die einzige Arbeitsstelle die ich jetzt gefunden habe meine ist aufbewusen von mir entfernt Digger ach so ja stimmt Niklas aber nicht alles ne 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 manchmal nicht wie sag ich Paketverlust hab ich noch meinen Livestream an wie? ne ne hab ich nicht erst mal die Ego nicht sch através Щ Mach mal mein Paketverlust hallo Internet erst mal Ego ein Prozent ein Prozent ich bin jetzt auf einmal Dennis na was für ein Prozent Internet ist Dagger jetzt ich kürzen ich habe gar nichts weil ich gerade gucke jetzt werde ich geht die dorstiger von demjenigen den ich gerade gegeben habe auf den anderen zwar gar kein bock nur weil er von discord gebannt wurde wegen halt das liegen von und die fans sachen wenn du dafür keine permission hast der was von discord gebannt und er wurde gewandt ich liege da eh nichts egal ich kümmere mich nur um den schmutz dass keiner scheiße macht was passiert denn es ja gerade einfach eine car gefunden digga ich liebe mein leben ich habe nicht ich habe nicht das gesagt was du denkst nicht dass ich habe netter mensch gesagt ein dicker gegen m14 der akm und oder was für internet absprungen auch bei mir auch da gibt es nicht so was ein wunder digga ich kann ja kurz gucken wie viele leute drauf sind und da gibt es nicht es ist jetzt mit abschluss und er ist nur 300.000 online ist sicher nur 300.000 leute auf dem server was ist das wir haben den hacker in der lobby wahrscheinlich der uns gerade alle ddurst auch mit verlassen ich habe auch mit verlassen dreckig aber dreimal hintereinander das mit verlassen kriegen wir eine kleine band zeit von 15 minuten die sind doch selbst schuld dafür match wieder verbinden nein abbrechen macht doch jetzt bereit diesen die müssen doch wissen dass hier was vor ist der andere spiel kostenlos gemacht natürlich kommt ein paar hacker ein paar hunderttausend sie mehrere spieler ja die keiner braucht das spiel hatte schon was ich habe das auch gratis gekriegt ja aber du hättest ich hätte dir irgendwann gröntiger ist war nicht ja klar schon irgendwann mal mit drei jahren wir hatten ja hier sind zum beispiel projekte auch noch kriegt sie auf die sand ja noch weißt du warum muss man immer noch kaufen die drohen hier kriegst du auch einfach so durch zocken wenn du sie kaufstiger bist du für mich echt komisch ich höre mit den tickets jungen mit diese sind bett diese bp punkten hier benutze ich einfach hier dafür um ticket zu holen die tickets junge die ticket 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 das gibt ein ticket die man die cd die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Weil das Ding ist, ich hab denen was gegönnt, Digga, ein Leech. I-Leak. Leak-Schmutz. I-Leak. Hell. I-Leak. Was hast du nochmal gesagt? Hölle, oder wie so, irgendwas in der Art. Nightmare. Ja, Nightmare, Nightmare, Leak-Nightmare. Nightmare. Maus klicken, Nightmare. Ja, natürlich, Junge, das ist scheiße. Gefeedet werden, Übel, Nightmare, ADC, Nightmare, Jungler, Nightmare. Alles scheiße, Junge. Geiler Schritt. Alles scheiße, du. Was ist mit TFT? TFT? TFT ist Team Tacticals, das ist wie Schach. Nein, langweilig, Junge. Nightmare, Nightmare. Langweilig, Junge. Boah, ich könnte jemanden fragen, nach so, willst du Schach spielen? Jungen, da brauchst du einfach nur einen weiteren Person, das war's. Das ist wie ein Team Tacticals, wenn ich auch Leak-Art wäre. Das ist fast wie UNO, Junge. Willst du UNO so auf PC haben? Wer will das? Keiner. Na siehst du, es ist genau wie Schach. Komm schon, da hab ich gleich. Dumme Kuh, Alter, verpiss dich hier. Verpiss dich nicht. Ich hab auch hier einen Pullover. Verpiss dich nur ab, und. Ich hab nur abgefunden, mein Mann. Hab's geregelt. Hab sie gefisst. Also, also, Javi, der Frau, Schlager. Und Dennis, ich bin jetzt mein Charakter eigentlich. Hm? Ich bin jetzt mein Charakter eigentlich. Erinnert mich an einen, äh, Filmstar-Charakteren. Weiß nicht, warum. Also, erinnert mich irgendwie an einen Filmstar-Charakteren hier. Weiß nicht. Achso, und Dennis, falls du irgendwann wirklich Zeit findest, Digga, ich hab uns einen Server erstellt, ähm, bei diesem Zombie-Game, und das sind echt geile Mods, Digga. Ja, und das ist noch realistisch als Doppel, Digga, mir. Und jetzt. Oh, Scheiße. Ich werd den Spoon voll haben. Ja, wir gehen hier direkt runter in die Stadt. Ich hab vor, ich bin zu kaufen, Jim, hier, weil ich werd mir nicht schulen. Ja, muss gucken, wenn das mal angebot ist. Ja, auch dann werd ich mich nicht holen. Leckig. Ach, stimmt, du hast ja gar kein, äh, Cashgrad, weil du dir 600 Euro züge kaufst. Ich hab, ich hab noch Cash, nein, Zug nicht, schon mal was anderes. Eine Grafikkarte. Aber warum brauchst du doch eine Grafikkarte, deine Grafikkarte ist grad so gut. Ich weiß nicht, ich muss noch Züge. Jetzt kaufst du dir auch Züge. Oh, Junge. Ja, schön 600 Euro zu. Du hast es gerade gesagt, deswegen mach ich das jetzt einfach. Besser ist es. Äh. Züge verlieren keine Wertanlage, nein, sicheres Kapital. Kapitalismus hier, weißt du? Was für ein Kapitalismus, Digga, ich rede über Kapital, der kommt mit Kapitalismus. Du sagst mir was mit Kapital und ich sag Kapitalismus. Ja, der einzigste, der kapitalistisch hier denkt gerade, ist Niklas. Er nimmt, 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 aber er denkt nicht. Ist ja so, als würdest du einen Idioten mit Geld vertrauen. Aber nicht bei Niklas. Nicht bei Niklas. Nicht bei Niklas, auf gar keinen Fall. Nicht bei Niklas. Das passt eigentlich zum Beispiel, Digga mit deinem 5er-Ligga. Erstmal liegt, äh, es geht nur in Gang ein Bock. Nee, Digga, ich könnte mir nicht schon gleich eine Zieg kaufen, Junge. Da war einfach ein Camper mit einer Shotgun in einem Haus. Und trifft nicht mal Shotgun auf Nandestands. Oh mein Gott, ich wurde nicht davon gerade getötet. Alter, ich will das Spiel löschen. Der hat mich fünfmal verpillt, Digga. Auch von der Shotgun? Oh nein. Von Rocketboy wurdest du getötet. Rocketboy 544. Dennis, Vorsicht, der hat irgendwie... Das war ja nicht. Doch, das war der Rocketboy. Hast du echt? Ja. Wir haben den auch gerade geblieben. Ja, hab's auch gesehen. Kannst du dann auch T-Banken, Digga, wenn du den anderen getötet hast? Bitte. Ich kann es mir nicht geben, dass ich gerade von einem Rocketboy... Alles der Typ? Ich weiß jetzt nicht. Ey, der wurde schon getötet von ihr. Deine Luftwerte lässt du. Schreckt sie. Ist es der Typ? Der Rocketboy, ja, 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 der ist es. Ja, na, da ist es schon keine Ehre. Ey, ey, Wanker. Danke. Da fühle ich mich um einiges besser. Junge, Digga, ich bin gespawnt, Digga, ich will nur eine Waffe haben. In dem ersten Haus Bord nichts geht in den zweiten Haus. Wer ist da vor der Tür? Er mit Shotgun hat mir in die Fresse geschossen. Ja, ich hab auch gesehen, seine Waffe. Ja, der Scheiß, Digga, so sterbe ich. Ich hab gar keinen Bock mehr eigentlich. Ach, sag was denn, ey. Nur schon, weil ich mir rechnen wollte. Aha. Und dann war ja fast tot und dann war die Vector der Meinung zu sagen, ich hab keinen Bock, immer gehen leer. Ja, das ist ein bisschen normal. Ja, Chris Vector ist immer... Chris Vector hat die schlimmste Ammo-Capacity. Ich hätte jetzt eigentlich direkt aninstalliert, man liege macht. Einfach direkt gelöscht. Warum hab ich einen Benzinkanister heute? Warum nicht? Welcher Hund hat mich angeschossen, Jünger? Welcher von... Welcher von diesen kleinen Bastarder hat mich angeschossen? Äh, was? Was? Ah, Jamie guckt gerade irgendwann die Videos zu nehmen. Nein. Ich hab's nicht auf TikTok. Nee, die ist noch nicht auf TikTok. Nee, die ist noch nicht auf TikTok. Nee, die ist noch nicht auf TikTok. Äh, äh. Junge, ihr liegt, Junge. Was ist das Löschen für dich? Ich glaube, der wird das schon schaffen. Ich glaube, der wird das schon schaffen. Ey, der wird das schon schaffen. Ey, muss ich unter was verlinken, guckst dir an. Das ist der typische, äh, PUBG-Spieler, gegen den wir spielen müssen. Oh, der wird drei Rucksack, Junge. Was denn? Das ist doch Waffenladen, Junge. Es gibt keine Attachments dafür, Junge. Die Böden hast du nicht. Und jetzt geht es noch ... Ich hab's nicht einfach damit aufgelenkt. Ich habe es nicht immer wieder. Ich habe einen Platz für Dermannsgüter. Ich würde hier schon lieber wieder reingehen, als sie haben Bomben hier. Ist ja kalt draußen. Hm? Ist ja kalt draußen. Kalt nicht. Oh ja, er liegt. Ich liege hier. Fällt mich auch, wenn das hier fertig ist. Ich bin eine Bombenhage, Alter. Hey Leute, soll ich das YOLO machen hier? Schau mal noch da. Hm? Schau mal noch da. Komm fuck jetzt, ich mach YOLO, Alter. Was denn? Oh geil, russische Waffe. Scheiße, Junge. Wow. Wie los ist denn der? Ich komm zurück und seh einfach, was das hier für eine Party ist. Das ist das, was ich mir grad angucken muss. Rechts von dir, rechts von dir, Dan. Das rest ist von dir. Hinter dir, hier rechts. Ja, da war ja einer. 100%. Und das ist auch eine Maschinenpistole, Alter. Wus ich nicht. Alter, das liegt jetzt. Natürlich ist es nicht. Ich wusste, ja, ich hab jetzt, ich dachte erst mal so, das war eine Einzelschusspistole hier. Aber, ne, die Scorpion ist eine Maschinenpistole, Alter. Wus ich jetzt nicht. Ah, direkt was Neues gelernt. Hey Jimmy, ich mach einen auf YOLO-Basis, Alter. Du hast ne fette MG und ne Shotgun, natürlich. Aber die Base, äh, über die hast du auch YOLO. Du hast gleich paar YOLO-Raketen in der Marsch. YOLO-Basis. YOLO-Basis. Da ist er. Die der Energies rein, dann hast du, erwähnt, dann kriegst du weniger Schaden durch die Google. Ach doch, doch, wenn du mehr... Arthro... Ich hab mich auf YOLO-Basis, Alter. Fuck it. Mehr Arthro ist noch besser. Kriegst du mir gerne in der Schaden. Ich hab's auf YOLO-Basis, Alter. Er ist nicht unten, der ist da oben. Und schießt mit einer Sniper, da ist er. Ne, du hast dich auch gerade gedacht, was ist das denn? Oh, jetzt geht's ab, jetzt, Dennis. Dennis, du sollst jetzt ganz schnell ein Haus, Digga, sonst bist du gleich der, der jenig wäre, der YOLO-Rakete. YOLO-Basis halt. Oh, er snipet, er snipet. Er snipet, er snipet. Er snipet, er snipet. Ui, 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 ui. Er macht's auch. Das ist das. Das Allerschlimmste ist, er kann da durchschießen durch deinen Scheiß. Warum hat er das nicht schon gleich getan? Ich glaube, er weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Aber er kann da durchschießen. Oh, 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 oh. Ah, jetzt hat er Schiss. Ah, fang wieder. Als ob das funktioniert, Digga. Wenn du den noch holst, Digga, oha. Da war er grad. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Habe ich einfach ne Granate? Da kommst du nicht hoch. Ich weiß, aber ich will ne Granate reinpacken. Wenn's gehen wird. Du hast keine Granate. Ich weiß. Sonst hättest du 5 drücken müssen. Schade, Junge. Schade, Bruder, schade. Ja, schade, Bruder. Da waren sogar 2 drinnen, Digga. Das ist Level 4er. Ah, nur am Campen, Digga, Alter. Ich kann Gott. Und er hat noch ein C4 geworfen, Junge. Digga, und ich konnte die ganze Runde gar nichts machen, Digga. Ich weiß, wie ich in dein Haus reingekommen bin. Ich bin gestorben. Du hattest hauptsächlich nur ne Waffe, ich hatte gar nichts, Digga. Er war einfach im Haus geschafft. Aber die MG ist wirklich gut, Alter. Ich hatte eine Waffe, die der Meinung war sofort leer zu gehen. Also, guck mal, wie viel's denn das gemacht hat. Fils Vector, ja. Das ist nicht mein Lieblingsmacht. Gut, du hast auch viel Schaden gemacht, Digga, Mann. Ich bin auch im Stink gestorben, du Idiot. Ey, warte, jetzt muss ich gehen, Alter. Duschen und so, Scheiß. Echt, du musst schon gehen? Eine Runde, perfekt. Perfekt. Ja, das war eine Runde nur mit mir. Deswegen hab ich gesagt, Yolo-Basis. Oha. Okay. Schade, Bruder, tschau. Warte, ich kick den aus dem Team. Hohoho. So, mach ich mal bereit. Und dann kann ich den Team auch ändern und in zwei Noobs spielen. Ich kann auch in vierer Squad anmachen, dann hast du gleich vier Noobs. Ja, aber nur die zusammengelegenen Spieler. Einen Pro Niklas und einen Noob Giant, wir spielen das Spiel. Was? Auch gut. Sehr gut. Komm, da, was ich nicht verlinkt hab. Aaaaah. Vertrauen mir, Digga, das ist ein guter Shit. Du willst doch nicht dein Handy öffnen, dann sehen, dass ich die unter 100 Videos markiere. Ja. Warum hast du uns nicht wieder weit gemacht? Wenn die den Nächsten, ich lasse es einfach auf, wenn ich das mal möchte, dann so. Ja. 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 Das ist eine gute Stunde. Ach so, sorry. Hast du das gehört oder was? Peace. Jetzt, Alter. Habe nicht mal mehr Videos gucken, wenn ich mit dir zocke. Ja, dann stumme ich mich nächstes. Aber die Musik geht doch noch. Ah, habst du schon wieder. Ah, also wir haben die größten Bots als teammates, Digger. Oh, nee. Ich habe die 11 von 12. Ich habe die Ei, hey, 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 hey. Was war das denn für ne Map? Ich suche M und dich wieder verfolgen. Was ist das für ne Map? Guck mal wie groß die ist. Größer als Deutschland. Nein. Oh, hier hab ich dich gefunden. Ja, das ist gut. Guck ich da nicht. Hä, wo gehen die hin? Spring raus! Die wollen da hinten zur Burg? Ja. Wollen die hin? Plus 4 wund. Boah, alle werden die hinweg. Hier, wo sind die hinunter? Die schaffen es hier. Die schaffen es selbst auch nicht mehr dahin. Los, diese Wechsel. Äh, was hier runter. Aber das war auch nicht pink vielleicht, oder? Wir haben nicht gepinkt. Wo haben sie? Wo haben sie, aber sind sie selber nicht. Aber warum will man zum Start direkt raus? Ist das so lost? Willen wir erstmal angucken, wo die Leute sich hier präferieren. Ich meine, auf dieser Map war ich selbst nicht. Hm. 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 Was? Ein aufkloppares Fahrrad. Richtig useless. Ich hab ne AKM, ich lieb mein Leben. Nicht useless. Und ich hab ne SKS. Ziemlich useless. Und ich hab ne SKS. Ziemlich useless. Und ich hab ne AKM mit holo. Woah, ich hab ne AKM mit holo. Jetzt hab ich zwei MPR, wenn man da haben möchtest. Na danke. eigentlich nicht wir werden wohl und holen also die sniper auch da wäre nicht schlecht dankeschön aber hier liegt noch eine sks wenn du haben willst die ist sehr gut das sind die Waffen ok hier ist doch noch eine AKM die K2 neben 4 ok hey willst du einen Bratpfandskin komm mal her obwohl ich bring sie dir einfach wenn du mit der Bratpfanne jemanden kickst dann ist er one hit dead ich hab was für dich das schützt dein Rücken ist hinter dir ein geiler skin ich hatte mal einen besseren aber also verkauft für cash brauchst du einen medikalen Handgriff ah wohl nein brauche ich nicht ah wo sind unsere mates jetzt weg wir wollen wir nur Toten weg wir müssen noch weg ok notfallsweise können wir damit weg ne ein gut noch mal ganz kurz ja ich auch bevor wir wieder in der Endzone looten müssen hm wenn ich so will hey hier ist sogar eine Karie ich denke obwohl ich glaube nicht dass die Fahrt tüchtig ist hier ist eine 2er Weste wenn du haben willst und ein 4er Vizier ist hier auch ach so das 4er Vizier habe ich mir genommen also die 2er Weste liegt ja mit dem 2er Rucksack dann haben oder wo und jetzt noch ein holo Vizier die 2er habe ich selber 2er Rucksack ein 2er Rucksack habe ich selbst ich habe ein Benzinkanister falls uns der Sprit ausgeht dann alles genug zu sein wir können weg ab zu den Mates oh ok ist noch ein Madgit 6er für die noch mit wo ich nur ein Priebe noch mit haben müssen oh nein 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 ich habe alles ich habe eine AKM und eine Sniper die Wo ist eigentlich der grüne Idiot? Oh Gott. Scheiße, wir werden überfahren. Wo ist denn der grüne hin? Wer ist hier? Der grüne, der ist immer noch da. Warte, warte, was mit dem grünen? Der grüne, der ist immer noch dahinten. Ach, wollen wir hin? Ich gehe zum grünen, weil der ist eigentlich gar nicht mal so kacke platziert. Der sterbe ja auf dem Weg nicht, weiß ich nicht. Das weiß ich auch echt nicht, Bruder. Ich werde den Tod ziehen. Wie gefährlich, Bruder. Ich kann losen. Ich hole dich dann auch wieder ab. Ich bin blüht. muss das team erstmal wieder zusammenfügen oh gott ich bin fast gestorben aber jetzt muss die doch zu uns was gott gucken man reden kann audio wirst du talk team lassen belegung hier ist zum reden aber gar ist ein going to bring you up here to the end of zone okay dann bei ach warte hier kommt ja schon alle er hat eine vierer karre was hat der verfolgt abgeschossen so hart Was ist das denn hier für ein... Was ist das für ein schlechtes Japaner-Auto, Digga? Dann mach doch um die Rolles runter, da ist eine Rolles vor dir, siehst du die nicht? Ja, ich kann die nicht runterziehen. Let's go for a fight. Hundrehe. So ein Hundrehe sein, das ist Hundrehe. Wie ist die da ab, Digga, ihr schießt. Vor allem die Geschwindigkeit, das ist richtig geil. Ohohoho, wird reiflich. Oh, Alter. Ohohoho. Übertreiben brauchen wir jetzt echt nicht, Digga. Hat so viel Power. Hat so viel totes Power. Brauch ich gar keine Waffe halten, wir sind so tot. Warum mit der schönen Motorzau? Nicht ein Raketenwerfer, Digga, wir sind alle tot. Hier sind Auto rumgefahren. Und vor uns ist ein Kotz. So sollten wir nicht nehmen. Ich weiß. Wir bleiben hier. Wir bleiben in diesem komischen Taxi. Darauf erstmal, Energy. Das kannst du echt nicht gehen, was wir hier grad machen. Oh, fuck. Oh, fuck. Falsch das gedrückt. Oh, fuck. Falsch das gedrückt. Und wir sind auf F gekommen. Wollte gar nicht unterkommen. Wie kann ich dich tragen? Ja, okay. Ich wollte dich tragen. Sonst drücke ich, Alter 4. Beat denn nicht. Ich bin auf F gekommen. Ich bin auf F gekommen. Falsch das gedrückt. Ich bin auf Falsch. 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 Hallo. Vielleicht kann ich dir eine Sanitasche mitnehmen. So, lass doch. Hier ist ein Dreiervisier. Ja, ich habe einen Vier und einen Sechser. Weiter? Yo, wir müssen gehen. Obwohl, wir haben gar nichts zu gehen. Ähm. Siehst du das, was ich sehe? Was ist das da hinten? Oh mein Gott. Das ist eine Hacker-Scheiße. Guck mal. Oh mein Gott. Das ist eine Hacker-Scheiße. Also, das ist für mich eine... Ähm. Guys, guys. Schau. Schau. Was ist das, Mann? Was ist das? Das ist ein Loot-Drop. Vielleicht müssen wir gegen Hacker-Scheiße, hm? Wie? 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 Sieben. Ja, wir müssen einen Monat warten, dann haben die das auch mit den Hackern. Oh, fuck! Nein! Fuck, man, fuck! Das ist gut gemacht. Oh, man! Wir müssen die Zone haben. I'm so sorry, man! Aber der Loot-Drop da hinten, Digga. Ja, aber die Zone. Digga, ich hab diesen Loot-Drop gesehen. Loot-Drop, wo vielleicht ein Hacker sein kann überall, und eine Zone, die sich killt. Ey, ich würd lieber am Loot-Drop sterben, als einmal der Hacker. Jetzt versteh ich aber wenigstens, dass sich die Leute drüber aufregen, weil ich hab die ganze Zeit keinen Hacker gesehen, aber jetzt weiß ich, dass das einer ist. Weil ich hab noch nie sieben Loot-Drops gesehen an einer Stelle. Sieben. Ey, unser Team hat jemanden erschossen. So, und jetzt aber auch tot. My man, my man, what are you doing there? Das ist alleine weg im Land, weil du was erwartest du. Egal, wir sollten die Gegner dahinten. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Bist du mir jetzt nur oder was? Na ja. Kommt was. Nimm uns. Da jetzt. Da sind die beiden. Die sind jetzt weg. Vor uns. Hier am Auto. Die Tuna. Die Tuna. Die, die ... ... ... ... ... ... Bei uns auf dem Berg konnte jetzt jemand sein wegen dem Auto Thanks Auf dem Berg rechts von uns aber auf dem Berg sind wir safe Ich seh ihn, links von uns Ja Da vorne Zwei Oh fuck Oh fuck Ich bin laut Ich bin laut Oh nein, wir sind tot Wir haben eine Tonne war Ich bin laut Oh, wir sind rot Okay, das war der letzte Mal das AKM-Spieler Die hat ja echt einen richtigen Scheiß-Hugstoß Ach guck mal, das war der, der die ganzen Drops da abgefangen hat Das Aber scheint nicht ein Hacker zu sein, so wie er spielt Hm Dann war das doch zufällig und kein Hack Aber was hat der für eine Karre, Digga Ach tschüss Hm Un- ach so ich bin noch beim zuschauen der sekunde und ob der vielleicht doch irgendwie ganz komisch spielt 20 eine runde geht noch danach gehe ich erst mal schön essen mit meiner familie wir wollten da um 21 uhr hin so eine gastronomie ich habe selbst keine ahnung die war hat mich überredet voraussetzung war die dreier impfung gar kein bock bzw ja ich muss mich mit impfen lassen dass das problemchen mit der booster kacke aber das ist gut mein beruf möchte dass auch dass ich das mache wir haben es mir empfohlen die zwingen mich zu nichts haben gesagt du kannst kann ja auch gut bezweck an der lehrer guckt die er drückt mal eben sogar das kürz werde ich immer platz 2 hier sterben Ich fand das so. Was geht jetzt auf? Gieß doch ein Schiff. Hey, ich bin drückend aus hier. Geh dem All Shad. Aber wenn du in den All Shad gehst, dann ist es gefährlich. Hm. Wir haben jetzt nicht ein Zweierteam. Nein, wir haben ein Dreierteam. Eigentlich ein Viererteam, aber... Das spiegelt nicht. So, diese Map sieht eigentlich recht freundlich aus. So schön snipen wird jetzt nicht mehr gemacht. Erst nach, äh... Guck mal, wir gucken einfach wo unser Maid raus springt, okay? Ich spring ihn automatisch mit. Aber ja, ich seh das. Das ist dieses komische Zeichen. Da musst du so ein Häkchen reinsetzen, dann funktioniert das. Dreck, ich mach das auch mal bei unserem Random. Es funktioniert? Ja, ich wohne dir. Brrr, Digga, was ist das denn? Einfach Apex nachgemacht. Ich komm für heute nicht mehr wieder, ne? Dann Ari doch. Stimmt. Safe komm ich nochmal gegen 23 haben, mal gucken. Digga, was ist das denn für eine Dreistigkeit? Man kann einfach mit denen random spawnen. Das ist eigentlich eigentlich gut. Hm. Hm. Direkt ne Sniper gebunden. Geil. Ich hab eben grad noch gesagt, Sniper haben gar keinen Bock. Hm. Welcome. Mhm. noch ein dreier visier digga das kannst du gerne haben er hat uns den besten platz überhaupt beschert in so einer monster map jetzt können wir erst mal vier stunden spielen bis wir überhaupt gegner sehen aber ich habe ein richtig geiles sniper ich habe mir es einfach mit schalldämpfer ist das ein schönes geräusch mit schalldämpfer ich kann jetzt einfach mal so durch die maps halten ohne dass irgendjemand mit richten woher ich gesnippt habe findet man eigentlich selten ein suppressor für eine sniper ich nehme auf jeden fall den treibstoff mit weil der wird sehr sehr wichtig sein in dieser lobby ich habe eine diegel wo ist mein mail eigentlich wollte ihn eigentlich jetzt abschießen mit der halt mal so ein linkes auge auf fahrzeuge falls eins finden sollte dann solltest du auch schon bescheid sagen wir brauchen unbedingt eins bei ohne fahrzeug können wir fünf jahre laufen weil diese map ist einfach so groß wie verfickt noch mal red dead redemption digga also passt es kommt es kommt so fast hin red das ist doppelt so groß obwohl weiß es nicht doch doch doppelt so groß aber das ist die größte map einfach 30 gegner da und alle da kannst du auch niemand mehr wasser eine tommy gun dazu let´s go nice Eigeres Oh yeah, das ist die Tomika Well, well, well So white, so gold Hier ist eine Rhino Klar, dass Dennis nicht online ist, weil er mag diese Waffe Übelst Immer noch Kein schmutziges Auto No No Oh yeah, sure Ne, alles gut Ey, ich hab den Russentanz gemacht, der macht diesen komischen mit Fingerhalten Oh, er hat Gegner gespottet und hat direkt drauf geschossen Er hat ihn Well done, mate, well done Er hatte richtig gedowned, aber nicht leider getötet Ja, dann müssten wir dann ziemlich gut auch noch hinbekommen Mein Assist Weil ich ihn geklaut hab Ich halte Nothing Ich halte, danke ganz genau Also, ich halte michisesti Ich halte mich, aber nicht Ich halte mich, was ich halte mich auch Ich halte mich, was ich halte mich, um so hinbekommen ich habe einen schutz also ich kann nicht mehr an der zone sterben bei einem gewissen zeitraum das ist mega gut weil wir sterben sonst immer an der zone ohne dreier besterwitz obwohl die kann ich auch noch mitnehmen aber hier liegt noch eine 2 ja noch ein schalter für den sniper da sage ich noch dieses übel selten und jetzt liegt hier noch einer muss die zwei weste aber das hier ja hier drüben sogar 22 westen ok 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 hat jemand gesehen da käme der sniper ich habe ihn geknockt geknockt das ist mein freund da ist ein paar ennemies in der bühne left side be careful it's in full squad he's going on the streets left side left side der linken seite habe ich gerade jemanden schießen sehen hat er auf mich geschossen und nicht auf den mate vor mir ja wie ein idiot soll er nochmal machen er wird schütteln so er ist bledig bledig ich poste ihn gleich mit meiner waffe weil es allein obwohl er zu zweit noch zu zweit bin ich bestimmt noch safe er ist weggegangen er ist weggegangen immer vom außen auto er gehört Ich weiß ja nicht, wo der Team ist. Irgendwo hier dreckig am Camp. Wenn wir ihn getötet haben, schreie ich aus zu Riedern Bruder jetzt gleich. Mhm. Braucht er euch ein Achtervisier? Na, brauche ich nicht. Ich hätte mich nicht für dich. Oh mein Gott, der Typ hat's auch wieder durchgezogen. Ah, Motorrad ist dann bei uns. Ah, Karls, ähm, Wurzio? Ja, da kommt ein Auto. Mhm. 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 Ja, genau. Thick Damage gegeben. Da sind zwei. Wo? Wenden. Wenden. Von der Höhe habe ich nicht gewusst, was das ist. Ich hab's einfach so aus, ähm, Gefühl gemacht, Digga, einfach tot. Mhm. Bruder, Digga. Das war ein Brutal das Neukaschus. All good, they're all that. I think, maybe on more, but I'm not sure. Aber ich hab'n direkten Death gekriegt, bedeutet eigentlich ist das gesamte Team Toad. Hast du das gerade gesehen? Jemand hat mit der Granate den Fünferkill gemacht. Oh. Oh. Ahí да ne, die sind alle toll guck mal hier. Yo! Juliこれ Dreier Rucksack, ohhhh. Kannst du mitnehmen? doch morgen komplett den ganzen tag ja das ging 22 uhr aber ich bin morgen gegen 10 uhr wach komplett free to play everything können wir haben hier kein play everything können wir morgen den ganzen tag bis ich kurz im sitz nur weg muss noch weiter spüren hoh alles bockhausen über zwei betrunken ah ja ich mich auch wir müssen xp farmen kann auch gern man es dir oft ist hier oh ich so habe mir wird man auch finden was hier oft ist halt sehr zeitaufwendig der wenn du einmal reingehst dann verarscht geht die zeit in zehn sekunden der gar nicht schon eine woche wie schuldger in seite ist bombing du in es an und er mal jetzt nach hängen aber das auch praktiker mit der todeszone ich glaube das ist auch wieder so eine hacker scheiße normalerweise müsste jetzt wo du brauchst kein punkt das ist kein achter vision an anderen an anderen an anderen an ich habe ein achten passiert deswegen ich habe auch da ein sechser und ein dreier momentan gab es okay egal was habe ich für ein sniper schluss eben gerade gehabt digga oh mein gut ich habe ihn nicht mal gesehen weiß wo dies wurde das war ging jetzt so geht schon werden die karre nehmen müssen ich sehe uns eigentlich da oben auf dem werk ja 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 countless ich bin ich bin ich bin auf dem Shanker ich bin die das ist ich bin es kommt auf dem ich gehe da das ist es ist ich bin es sind ich bin ich bin es ist es ist ich bin Nichts sind Küchen, äh, hinter dir ist einer, hinter dir ist einer, hauptsächlich, ja, hab ich auch gerade gesagt, Digga, aber ich kann dir ja nicht helfen, guck mal, wie der, äh, hält sich noch ab. Das war ja dein, ich wollte schon zu, aber dein ist auch schon tot, das war's jetzt. Mann, Mann, das ist nicht so peaceful. Mir geht's nicht gut. Die ist geil, Digga, deswegen. Kannst du damit aus der Hüfte schießen, das ist wie bei, äh, Apex, die R99. Nur ohne Rückstoß. Na ja, haben wir Maidenspoot. Was mach ich jetzt, soll ich jetzt noch hier die Stunde weiterzupacken? Das ist gefährlich. Ja, ich hab einfach das gesamte Team geplistet. Auch gut. Oh, und ich hab keinen Platz mehr. Hm. Kanaten hab ich noch, Benzin-Kanister hab ich auch noch, den ich nicht mehr nutzen kann. Weil Team ist tot. Who's matter? Kanaten-Helm für mich, alles kaputt. Ah, doch, da ist ein Helm. Wunderbar. 2-1 Helm, geiler Scheiß. Hm. Ich hab 5 Kills, 3 ist es. Ich hab mich jetzt so easy mit ner Shotgun, äh, mit ner Bombe. Ups. Hier haben wir weg geschossen. Oh, Zone. Zone. Wo ist deren Motorcycle, Alter? Warte mal, das ist nicht deren Ernst. Der eine hat nen Motorrad gehabt, der andere hat nen Fahrrad gehabt. Jetzt muss Fahrrad gefahren werden, ja? Hm. Kann's auch wieder keiner zählen. Hm. Kann's auch wieder keiner zählen. Hm. Oh, äh. Wo ist die, ne? Da geht mein Charakter nicht da drüber. Achja, stimmt. Ich kann hier noch in der Zone überleben. Voll vergessen. Alter, Scheiß, ne? Scheiß auf den Rucksack. Das ist wie in Stupe 3 Rucksack, aber verbessert. Was? Warum hat sich mein Charakter gegen die Tür gelehnt? Weil's nur ne Türern was. Ich würde einfach campen können. Hm. Ach, pisst jetzt. Mhm. Na. ich habe 600 das kann auch wieder kein erzählen er hat sich immer meine kürz geklaut haben einmal angeschossen mit einer sniper und der kann man einfach mit seiner pistole oder was auch immer der hat und hat das aber ich bin gegen ja ich komme so früh wie möglich wieder ok